nach oben kommen wir jetzt nicht das regimen scheint langsam zu verzweifeln sie haben gerade den kampf verloren das macht sie aggressiv wie in die enge getriebenen tiere da kann sich die restliche welt nicht zusammen brauchen sonst wäre der krieg schon lange vorüber Münzen, Münzen, Panzer und ein bisschen da lang, aber nicht hier lang jetzt links haben wir doch schon aufgewandt hier müsste doch da sind sie wieder es war klar dass das nicht so schlecht ist wir haben hier wieder die scharfschützen in der selben stelle natürlich obwohl ich das verlasse so ein mikrofon müssen wir hier verstecken ja verstecken ist gut ich muss schon wissen dass wir hier sind ist irgendjemand in der flanke ja komm her wir sind ins krankenhaus wieder nehmen wir rein schon das kann ausweich nicht noch mal rein wir haben alles unter kontrolle ok so wo sollen wir jetzt das mikro verstecken so so eine kanzette Okay. Labo X. Faszinierend. Instrument kaputt machen. Vielleicht komm mal hier irgendwie hoch. So, lacht euch bereit! Ändere die Position! Oh, vielen Dank! Du solltest mal deine Rüstung flicken! Das war ein Sprengstoffhund. Warum haben die Hunde Sprengstoffgürtel rum? Islamistenhunde oder was? Was ist denn hier los? Dank, dass du mich darauf hinweist. Ach, komm! Komm! Na toll! Komm! Das sind zwei große! Heilige Scheiße! Alter Schwede! Beide verwundeten. Du bist doch etwas verwundet! Ich bin getroffen, Schwester! Kannst du mir helfen? Warum zwei auf einmal? Was so im Lärm ist? Mit der Drohne! Mit der Drohne! Scheiße! Oh, hilf mir Schwester! Ich brauche dich! Ich bin wieder da! Auf Einsatzbereich! Bis doch etwas verwundet! Und schon wieder beide ausgeblutet! Was soll denn das hier? Was soll denn die Scheiße? Lass mich die Drohne ausschalten! Okay. Alter Schwester! Geh da unten! Weitere Schöne denn an der Hände! Oh! 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 Na das ist ja nicht weg! Es war jetzt nicht wirklich eine Hilfe! Kleiner ist da unten! Jetzt kommen die Kleinen auch noch. Oder was? Ich habe keine Munition mehr.. Meine Fresse! JeIFTE! Ich bin GENTROFFENSCHWERS! Jetzt... Was heißt denn alles hier? Meine Fresse... Boah, mir geht die Munition, die wird drastisch aus. Sof. Eine Granate wäre jetzt hier mal eine Lösung. Wo ich ihn mal treffen würde. Das ist hier der Endgegner. Sof braucht Hilfe. Da ist gar keine Drohne. Doch, da ist eine Drohne. Tern. Noch mehr Drohnen. Ich bin jetzt Stufe auf 100 gestellt oder was? Höchste Schwierigkeitsstufe. Ich habe nirgends wo mehr Munition. Alter. Du Pflegegegner wirst du haben, alle. Ja. Meine Fresse. Was ist denn das hier? Mit der Pistole. Gegen das Verschieben. Zerstürft. Ja, die haben wir nötig hier. Der hat ja mal nötig hier. Der hat ja mal nötig hier. Alter Schwede. Die hören nicht auf, die Gegner, oder? Pass auf. Alter. Was ist denn das hier? Die ganze Armee hierher geschickt. Das hat fast zugewirkt. Ich bin jetzt gerade. Jeder Hund. Warte, wie wird das hier verteidigt, das Ding? Woa. Mich hat's erwischt. Hilf mir, Staub. Staub. Scheiße, bin getroffen. Bin wieder da und einsatzbereit. Das ist feier, gegen die ganze Armee. Oh, Regina Crowley. wir kommen da jetzt durch das ist ja alles umsonst oder okay im auto inzwischen jeden nazi ausgeschaltet den es hier ganz paris gab hier ist nichts mehr 1,2,3,4 weiter ich bin verdammtes mikro platzieren ich schaff das nicht allein pack mal mit an ich blick es nicht ich blick es einfach nicht was machen wir hier keine mikros mehr zu verstecken es ist alles sind alle tot rudereingang und schwer bewachte könnten das habe ich bemerkt ok wie kommen wir da rein die tür ist jetzt unbewacht die öffnen bei der tür nicht ganz im ernst ich blick es nicht das ist bruder 1 das hauptquartier der regime polizei nachdem euer vater ende der sechziger ihren kanzler getötet hat erweckte general luther brand die regime polizei mit einem kuh zu neuem leben ein gewagter schachzug gegen die machthaber in berlin der voll und ganz aufging jetzt ist paris in der hand der regime polizei hoffentlich nicht mehr lange der haupteingang von bruder 1 ist verschlossen und kann nur von ihnen geöffnet werden aber laut dieser karte müsste da irgendwo ein gefängnis eingang in eurer nähe sein scheiße die großen haben wir doch schon unsere bestandswecken gelernt lassen wir die drohne ausschießen äh die drohne ausschießen die drohne ausschießen scheiße die drohne den habe ich an ihm gelernt an teil 2 jetzt sollte man lieber von oben angreifen ach du scheiße ähm hilf mir schwester bitte von weil von de Oh nein! Stopp! Oh Kacke! Geht bei Stone! Was ist da denn? Da ist das Ding! Komm! Na komm! Geht da unten! Und da geht's da unten! Irgendwelche Rüstungsteile hier! Geht das jemand in der Flanke? Wo müssen wir eigentlich hin? Hier müssen wir hin! Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen! Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen! Wo wir hin müssen! Oh! Ist eine Metro Station? Als ob! Okay! Okay! Ich habe keinen Plan! Ich habe keine Prozesse! Ich habe keinen Plan! Ich habe keinen Plan! ein plan inzwischen was aus ich brauche hier gerade mal was jetzt geht zu hoch Was zum Anker. Warte ich muss gerade hier mal. Verdammt. Ich habe gerade zwei gegen mich. Es sind aber beide tot. Nein, kann ich nicht. Meine Fresse kommt klar. Ich muss hier oben. Die Drohne. Wo sind denn die? Können ich gegen die kämpfen? Okay, so geht das nicht. Na, sehr gut. Einfach fantastisch. Mach dich bereit Schwester. Mädels, der Haupteingang von Bruder 1 ist verschlossen und kann nur von ihnen geöffnet werden. Aber laut dieser Karte, wirst du da irgendwo ein Gefängnis der Ankeranlier sein? Wollen wir den Bereich nochmal wiederholen müssen. Ich finde es zum Kotzen. Alles klar, Elbi. Darf ich mal hoch hier? Danke. Das ist wie jetzt hier. Mach alle. Bieters sind Schussfeld. Ah, clever. Bieters sind Schussfeld. Das wird dem nicht mehr zählen. Aus dem Drecksack mache ich Schaschlicks. Ja Schwester, du bist die Beste, verdammt. So, die brauchen wir in den Zone, deswegen. Und lockt die Großen immer hier rüber. Ich muss dann aus dem Innenhof hier herkommen. Sof, mach keinen Scheiß, komm her. Ja. Hey, komm her. Da sind wir nicht. Da stehst du gut. Sof, jetzt komm mit hoch. Na komm. Na komm. Na komm. Brenn aus. So. Ich habe keine Rüstung. Geht mal hoch hier. Die Scharfschützen ausgeschaltet. Da ist die Scharf. Da ist die Scharf. Dann komm her. Ja. Was hält denn der hier aus? Sof. Ach, verdammte Scheiße. Ich bin wieder da. Und einsatzbereit. Jawohl. Du bist bereit für den Mond. Da können wir uns schon mehr. Oh, ich kenne das Maul ein. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh. Ich bin wieder da. Das hat man nicht so ganz geklappt. Komm, du Herr. So, hier. Den kriegen wir mit der Maschine hin. Ein Elbert Soldat. Er kommt rüber. Wir müssen den hier rüber locken. Na, komm. Ja, komm. Feini, komm rüber hier. Oder so. Das kriegen wir auch hin. Und da geht er down. Oh, ne Zunge. So, ob die Versteigungen gerufen haben. Jetzt haben sie wieder outshotten. So, ob die Versteigungen gerufen haben. So, ob die Versteigungen gerufen haben. So, rein hier. Schwere Waffe hat noch viel gebraucht. Bisschen Munition hier. Das sind schwere Waffen. Mit denen sind wir momentan noch relativ ungelenk. Das sind schwere Waffen. Hier unten ist der Gefängniseingang. Ein bisschen mit dem Zorn vielleicht. Aber nicht für das hier. Okay, na dann. Hey Mädels, ihr betretet gleich das Gefängnis der Regiepolizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Sucht ihn. Abby Ende. So, gemeinsames Leben holen. So, gemeinsames Leben.